Jo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei dem Spiel Rainbow Six. Heute mit dabei der gute Dalu, Kapuze, Maxi und Liquid. Cockwork! Mach einfach. Das ist ein guter Spiel, Leute. Was war denn eigentlich hier mit Mission? Flugzeug. Bombe. Flugzeug. Ja, macht schon Laune, ey. Ja, das Spiel ist schon gut. War auch nicht so weit abgeschlagen gerade. Ja, und wir spielen jetzt eine Runde Rainbow Six. Doch, ihr freut euch alle. Halt die Schnauze. Bist auch auf Kapuze, oder was? Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde. Die sind unten. Kapuze ist immer nur freundlich, wenn er selber aufnimmt. Auf unsere Aufnahmen scheiß Thema. Bin ich immer böse. Obwohl, jetzt war ich ganz lieb. Achtung, Grants, pass auf. Da hinten ist ein böser Typ. Achtung, ich zeig dir, wie das geht. Gedoogged, gedreht, jump, tot. Easy peasy. Kapuze, wann kommt eigentlich dein Oculus? Äh, hast du, hast du ein Datum? Ja, nächste Woche. Ach, so ein Schwachsinn. Ja, das Recht kommt April. Ich dachte mir, wir sind schon. Ähm, die Frost. Wann kommt deine? Warte, warte, ich sag's ja. War ja 18, oder? Oh, wir starten ja nach hier in Sachsen. Die Frost müsste hier sein, ich glaub's markiert. Die müsste hier immer noch irgendwo sein. Oh ja, die hat direkt aufgemacht, hier wurde direkt Holz aufgemacht. Da ist einer! Da ist wir draußen. Die ist da immer noch, die ist da immer noch. Die hat wieder zugemacht. Ha, die Noobs, waren sie feig. Ups. Und da ist auch ein Roast, da sind zwei Leute direkt. Da sind jetzt einer noch und ein anderer raus, da ganz hinten der Puls. Was machen die denn da in ihrer eigenen Tür? Da sind zwei Leute direkt. Frost kommt wieder. Ja, hab ich beide markiert. Kommt wieder? Ist wieder an der Tür. Wer? Frost. Ja, aber ich hab die doch grad woanders markiert. Bist du hier noch bei mir, Kapuze? Ja, ich bin beide, obwohl da hinten war wer. Ja, ganz hier hinten läuft auch Puls rum. Dann ist die. Dann ist die hochgelaufen. Die laufen ein bisschen mehr rum. Die ist oben, die ist oben, die ist oben, ich hab sie markiert. Da ist sie. Ah, hier bei Kapuze. Ja, ja, ich wusste sie da ist. Im Gang selbst ist aber auch Rook. Dammit, ich dachte ich konnte umschießen. Ist da noch mehr Liquid, weißt du das? Die Treppe hoch ist Frost und unten rechts direkt müsste die Tür sogar auf sein. Da steht Rook hinter nem Schild. Rook, du mal bitte auf die Tür, McFly, dann schick ich nochmal ne Drohne. Okay, Grants, da drin ist keiner. Die hockt immer nach oben direkt, wenn du die Treppe hoch gehst sozusagen links. Und der andere, der Typ der unten ist? Äh, ich gucke. Hier ist einer Kapuze, rechts, rechts, rechts. Wo, wo? Aber Hälfte leben nur noch. Hab ja auch noch einen reingetriegt. Die wartet quasi. Ich hab die nicht gesehen. Im Gang hat die gewartet. Du hast mich, du hast mich. Warte, ich guck. Was hab ich? Da, auf der Treppe Kapuze. Da. Da. Noch einer, noch einer. Oben ist noch einer. Renn durch, McFly. Mich auf. Oh Gott, ich hab keine Gründung. Munition war allee. Okay. Leute. Ey, mein Bein hängt fest Kapuze. Du kannst mich retten. Schnell. Renn, raus, renn, raus, renn, raus, renn, raus, renn, raus. Warum rennst du und ich? Boah. Jawoll. Es läuft bei dir. Einer ist in diesem Nebenraum bei der einen. Er hat zwei Hits kassiert. Zwei schöne. Das ist der Rüstungstyp. Da ist der letzte. Der Rook. Von euch ein bisschen weiter links von der Markierung. Jetzt zum Visier weg. Der ist direkt auf der anderen Seite der Tür. Boah. Rechts, rechts, rechts jetzt da, du rechts, rechts. Jetzt direkt links von dir. Ja, ja, ja. Mach mal hier, mach mal hier ruhig. Wenn ihr, wenn ihr da durch die Wand schießt, ihr könnt durch die Wand schießen. Frau Putze. Pass auf, jetzt kann er auch. Jetzt weiß er, dass er da ist. Du Lügen, Maul, du. Ganz links in der Ecke. Ganz links in der Ecke jetzt. Jetzt ist er wieder vorne gegangen. Eck, guck. Ich mach die Sau fertig. Komm her. Messer ihn. Kaputze. Wo läufst du hin? Der ist richtig da. Ich dachte, der ist, ich dachte, er ist zurückgelaufen. Vorhin kaputt. Ich mach die Sau fertig. Und läuft über den Stachelkraten. Ich war ja nicht vorbei. Ich dachte, er ist einfach weitergelaufen. Jetzt war da noch ne Kamera? Weil, weil, weil Max hat gesagt, er ist jetzt zurückgelaufen. Und deswegen dachte ich... Äh, McFly, der hat aber, der hat keine Ahnung, hat keine Ahnung. Ey, ich hab die ganze Zeit gescannt, diese Mera. Ja, der hat gesagt, der ist da und da war nix. War der ja auch, aber in dem Moment... Ich hab den Stacheldraht gesprintet, bin ich da. Okay, aber mit der Bärenfalle ist ganz interessant, du kannst nicht kriechen. Also, du hängst dann da. Ja. Da, wo du gecapt bist. Achso, du hängst fest, nice. Meine Oculus. Kommt gar nicht mehr, Junge. Also, die Bärenfalle... Wurde gecancelt. Wo steht das, wenn die kommt? Ja, für Österreich ja gar nicht mehr. Nein, ich hab sie ja nach Deutschland geschickt. In Österreich kommt die... Oh, das war aber illegal. Das heißt, du hast sie nicht zu dir schicken lassen. Das melde ich. Kann ich ja nicht, weil Österreich... Ja, genau. Und wenn du sie dann, wenn du sie nach Deutschland schickst und sie da abholst, du hast sie legaler... Natürlich ist es legal. Hast du hier einen Wohnsitz? Nein. Das ist nicht gut. Warum soll das denn illegal sein? Ich finde das auf jeden Fall nicht cool von dir. Ich lass das prüfen. Ja. Schick das mal, ob das so legit ist. Da ist eins! Kann ich nicht mögen. Korrekt. Hast du es zerstört, Maxi? Nö, nö. Da fährt's wieder. So, aufpassen mit den Fenstern. Der feindlichste Sniper kann durchschießen. Okay. Wenn die einen Glaze haben. Haben die eh, oder? Ja, du hast meine Barrikade? Ne. Ist mir egal, Kapuze. Ja, ist okay. Wenn du meinst, wenn du das... We don't speak Österreich. Komm rein! Warum das? Wer auch ihm... Komm rein, kommen sie näher her. Ja. Ja. Zeig ihn, mein Wurm. Grand Swimple Museum. Kenn den doch schon. Wir nennen den auch den Mikaling. Ich würde hier gar nicht verstärken Liquid, weil hier auf der anderen Seite ist die andere Bombe. Ja, aber nur ein Teil, dass man hier wirklich in einer Ecke sichert sitzt oder sowas. Ja, stimmt. Das stimmt natürlich. Korrekt. Der Name. Der Mikaling... ...makes the true. Grants. Hi, Grants. Was denn? Maxi, guck nicht. Leute, hier. Ohlala. Markierung is real. Markierungen von Grants, dem alten Skiller. Guck dir in die Kamera und schießt der. Einer ist ganz unten im Keller. Come shot. An der Treppe, bei der wir eben alle umgefallen sind. Ich hab den markiert für dich. Du Ikel. Ich glaub ich bin schon hochgegangen die Treppe, wo wir unten waren. Ey, er hat mich das unglaublich. Aber ihr weiß glaub ich nicht, dass er mich hat. Soll ich rauskommen? Ich würd sagen ja. Also hier auf der Kamera seh ich auch niemanden. Er weiß noch nicht, dass er mich hat. Renn schnell hoch. Hier oben ist keiner da. Renn, renn, renn. Oh, du stehst genau. Danke Kapuze. Rechts ist Liquid. Links von dir, glaub ich. Schön, Jones. Da wo du eben raus bist, Jones. Da müssten jetzt Leute sein. Hier oben müsste einer sein, oder? Hab da, da wo ich down war, hab ich nochmal richtig aufgeräumt. Da hab ich nochmal ein bisschen reingepumpt. Da ist noch einer. Hat's ein Termite bekommen. Are you kidding me? Äh, Glaslitz, links an der Tür. Da, warte, wem kann ich mal so zugucken? Äh, also okay. Also einer ist low. Der ist so gut wie tot. Äh, dann da wo du jetzt hinguckst, Grants. Hinter der Tür links. So ein bisschen dir. Ja, so in die Richtung. Ja, da ist einer. Aber du solltest da nicht so liegen. Weil da sieht man deine Beine ganz gut. Okay. Lieber so rumgucken um die Ecke. Mit, äh, nach links lehnen. Oh, guck mal hier. Da hat Max hier auch so'n Scheiß gemacht. Guck mal hier, da hat Max hier so'n Scheiß gemacht. Ja, wär ich gleich wieder in den Rücken geschossen, ey. So'ne Kacke. Die haben sie aufgesprengt. Wieder aufgebaut. Ja, dann guck du da hin. Ist ja ganz gut. War der denn nicht down, also angeschossen hab leider. Ja, ja. War da noch einer? Was sagst du? Oh, McFly mit dem Aim. Äh, weil ich ein Assist bekommen hab. Okay, klar. Und der andere war da, wo ich hier gemarkiert hab, Drance. Da müsste noch von rechts kommen, Liquid. Hier rechts oder? Ja, da war er zumindest grade, als der Kapuze erschossen hat. Ne, noch weiter rechts sogar. Ne, ich wart nur, dass er hier, also durchrennt oder... Na klar, guck du wieder ruhig auf das eine. Es gibt nur den einen Eingang. Er kann nur da reinkommen oder die Decke kaputt springen. Ne, da sind ja die anderen nicht vorher. Hier hat er gesprengt. Decken geben, ich lade nach. Hat ja eh jeder gehört wahrscheinlich. Was ist ne Explosion? Wo war's? Ist hier was explodiert? Fünfzehn Sekunden. Eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert. Zwei Schuss, Alter. Das war günstig für den Start. Ah ne, wir sind ja die Terroristen. Shit. Watching Grants. Also es hat er gut gemacht. Alter, der Typ kam aber aus diesem Wandschrank. Die aber auch gerade jetzt. War ein Monster, Alter. Grants. Aber jetzt hätte ich eine Frage. War der Finger lang? Welcher? Meiner? Der Mickerling. Ich hab meine Lupe nicht dabei, Kapuze. Ja, aber alle, die mit dem Bundes-Service ausschauen. Noobs. Könnte zu Null werden jetzt hier. Grants. Geholt hat er den zu Null. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Warte, Wisser hab ich jede Runde eingetötet. Und hab den Finger in ihrem Abzug. Das mein ich. Grants hast du nicht, guck mal auf deine Kills. Ja weißt du, ich hab doch einen gekillt. Ja, aber mir ist schon die zweite Runde gewesen. Du sagst, du hast jede Runde. Nein, ich mein in jedem Spiel. Jedes Match hat er einen gekillt. So meinst du das. Ha ha ha. Das erwartet man nicht zu viel von mir. Ha 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 ha. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Sind da wo wir waren. Freund, erster Stock. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Als ob ich hier so ein Pro bin oder so. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Lol, die kriegen ja eine Drohne nicht. Entschärfer ist jetzt. So, das wär, wenn wer rausläuft vielleicht. Wollte grad sagen, wieder aufpassen bitte nur. Und? Klingt fast so ne? Ja, weil schießt doch schon wer. Dann Liquid. Weg da bitte. Hab nicht eine Sekunde nen Gegner gesehen. Oh, hier ist noch einer draußen. Wo denn? Müsste hier irgendwo sein. Hinten drüben bei dir Liquid. Enemy detected outside. Oben ist er wieder rein, er ist wieder rein Liquid. Hab ihn nicht getroffen leider. Mit Visier hätt ich den locker gehabt. Bobus Fade. Ich hab den Diffuser, ich muss aufpassen. Mist. Hast du hier randaliert Kapuze? Ich hab randaliert. Ah ok. Oben die Kamera Kapuze. It's Johnny! Hi. Geht der da noch bei der Tür Liquid? Äh ne, aber der kann ja auch ganz hochgeklettert sein, weißt du? Das ist das Problem. An dem Schild Kapuze, da wo du auch hingeguckt hast. Rechts vom Schild. Der ist down, aber man lebt noch. Der wird aufgehoben, Jones. Der ist tot, der liegt, der liegt. Der kannst du killen. Hinter dir kommt einer. Kapuze, Kapuze, ich hab dich gerettet. Bedank dich. Grange, wo bist du, man? Jetzt bin ich tot. Mein Leben für dich gegeben. Gämmt zu dem Spot, wo Kapuze ist. Du kannst, anscheinend kannst du hinlaufen, McFly. Pass auf, aber da ist ein Loch in der Wand. Yo, McFly. Ich da. Sackgasse. Sackgasse. Da, aber da. Die Tür. Das ist doch ein Hammer. Boom. Das kannst du plantieren. Oh, da drüben sind die Typen. Pass auf, da ist Terminal. Ey, was ist das? Da ist noch einer. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Ich werfe einfach eine EMP zur Bombe und dann ist ja auch der aktiviert. Hallo. Okay. Loll. Du hast getroffen mit der EMP. Was? Du hast dir mit der EMP ans Bein oder so angeworfen. Hahaha, egal. Ja, der macht nix. Da friehst du, Scheiße. Kapuze, das kostet alles Geld, was du dir wegschmeiß. Wird dir vom Gehalt abgezogen. Der McFly hat's. Oh, hier, da ist er zweiter. Fotoshooting. Von meinem Screenshot. Ah, ich hab ja ein ganzes Video. Hahaha, da macht es gut. Hast du gesehen? Ja, makelloser Sieg, Leute. Ich hab's vorher gesagt. Schaut bei den anderen vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.